Neulich habe ich dir das Gigabyte G5KD Gaming Notebook gezeigt, was bis heute ein super Einsteigergerät darstellt. Allerdings lege ich heute noch mal eine Schippe drauf, denn ich zeige dir das Aorus 15 Gaming Notebook. Außerdem habe ich zwei Aktionen dabei, womit du dir sagenhafte 200 Euro sparen kannst. Zunächst ein paar Eckdaten zum Aorus 15. Gigabyte stellt uns ein entspiegeltes 15,6 Zoll Display zur Verfügung, welches 72% NTSC-Fabraumabdeckung auf Basis eines IPS-Panels bietet, inklusive, Achtung, 165 Hz bei WQHD-Auflösung. Dazu der Rest wie CPU, GPU etc. und zack, kommen 2,4 kg zusammen. Finde ich vollkommen im Rahmen. Die Anschlüsse des Notebooks sind wild verteilt, allerdings auch zugunsten des Kühlsystems. So befinden sich rechts der 2,5G LAN-Port, der Anschluss für das 240-Watt-Netzteil und ein Thunderbolt-Port. Links ein HDMI 2.1, USB-Typ C mit Display-Port, USB-A und Klinkenanschluss. Das 240-Watt-Netzteil lädt den 99-Watt-Stunden-Akku zügig, befeuert damit auch natürlich die leistungsstärke Hardware. Für etwas Sound sorgen die beiden 2-Watt-Lautsprecher, inklusive DTS-X-Ultra. Ich finde den Klang okay, aber natürlich geht nichts über ein gutes Headset oder gute Lautsprecher. WiFi 6i und Bluetooth 5.2 sind natürlich mit am Start und eine HD-Webcam. Parallel zum Display verläuft die Tastatur inklusive Nummernblock und Beleuchtung. Hierbei lässt sich jede einzelne Taste durch die Per-Key-RGB-Beleuchtung einzeln anpassen. Das Case macht übrigens einen stabilen Eindruck und ist weniger anfällig gegenüber Fingerabdrückern. Welche Hardware wurde hier verbaut? Zunächst ein Koi 7 12700H mit 14 Kernen und 20 Threads und bis zu 4,7 GHz Takt. Dieser läuft mit 16 GB DDR5 4800, super flüssig, bis zu 64 GB sind insgesamt möglich. In Sachen Storage gibt es eine 1 TB M.2 PCI-Express 4.0 SSD und eine weitere lässt sich übrigens nachrüsten. Plus für beide SSDs gibt es eine kleine Kühlung, bestehend aus einem Wärmeladpad und einem Kupferplättchen, wie auch immer, auf der Rückseite des unteren Covers. Herzstück ist die RTX 3070 Ti Mobile mit 8 GB Speicher und 130 Watt. Dadurch ergeben sich bis zu 1485 MHz Takt und das klingt in Verbindung mit dem Screen schon richtig nice. Technologien wie Optimus, Dynamic Boost 2.0 und Resizable Bar sind natürlich auch mit am Start. Im Cinebench Multicore Performance Test erzielt der i7 gute Resultate und befindet sich damit auf dem Niveau eines Koi i7 11700K Desktop-Prozessors. Beim Single-Core-Bereich rangiert sich diese CPU auf Höhe eines Koi i5 12400 Desktop-Prozessor ein. Tastatur und Touchpad gefallen mir vom Feedback her sehr gut. Was mir persönlich fehlt und das war beim G5KD einfach besser, dedizierte Maus respektive Touchpad-Tasten. Das Notebook wird mit Windows 11 Home geliefert. Anschalten, einrichten, mit dem Netzwerk verbinden und los geht's. Dann gibt es noch das sogenannte Gigabyte Control Center. Du willst ein paar Temperaturwerte oder die Lüftersteuerung anpassen? Kein Problem. Du willst die Energieoptionen oder die RGB-Beleuchtung anpassen? Kein Problem. Der sogenannte AI Boost bewirkt, dass via Microsoft Azure und Deep Learning eine automatische Optimierung erfolgt, wodurch die beste Performance erzielt werden kann. Die Performance ist allerdings immer abhängig von der Kühlung. Hier setzt Gigabyte auf das Windforce Infinity System, bestehend aus zwei Lüftern, jeweils einen für CPU und GPU und natürlich auch noch vier Heatpipes. Unter Verwendung der Default-Einstellung im Gigabyte Control Center wird das Ding hörbar, aber nicht störend. Stellt man die Lüfter auf Turbo, ändert sich die Lautstärke nach oben. Wirklich kühler wird die Hardware dadurch allerdings nicht. Denk dran, wenn du dir das Notebook holst, kannst du 100 Euro Steam-Guthaben kassieren und mit dem eingeblendeten Code bekommst du nochmal 100 Euro sofort Rabatt auf Computer Universe. In der Summe 200 Euro mehr auf deinem Konto, die du hier sparst und mehr dazu gibt es in der Beschreibung. Zum Performance-Test. Zunächst rennt die SSD auf und davon. Das verbaute 1TB M.2-Modul von Gigabyte ist super schnell. In 3DMark Firestrike erzieht das Notebook fast 25.000 Punkte. Damit ist es besser als 93% aller getesteten Systeme. In Times Square gibt es 10.700 Punkte. Auch das ist ein wirklich sehr gutes Resultat. In Rainbow Six Siege bei WQHD und dem Preset sehr hoch gibt es im Schnitt 240 FPS, was definitiv sehr sehr gut ist und was auch richtig bockt in Verbindung mit dem 165 Hertz Display. COD Warzone, WQHD, hohe Einstellung. Ich dachte mir, 80, 90 FPS, das ist jetzt nicht so viel. Aber wir haben ja hier WQHD als Auflösung. Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Resultat. Und klar, wenn du mehr FPS haben möchtest, dann stell das Ganze einfach runter auf Full HD. Die Leistung kommt halt eben zustande durch das standardmäßig aktivierte Resizable Bar, wodurch die CPU direkt auf den Videospeicher zugreifen kann. Den AI Boost im Gaming-Modus habe ich dann auch nochmal kurz getestet und komme in einzelnen Sequenzen auf ein paar FPS mehr. Gaming-Mode bedeutet, die GPU wird automatisch übertaktet. Wie bei jedem anderen Gaming-Notebook fällt halt einfach die hohe CPU-Temperatur direkt auf. Aber ganz ehrlich gesagt, die ist noch im Rahmen. Also Sorgen machen brauchst du dir hier nicht. Die GPU-Temperatur und die Taktung habe ich über GPU-Z gelockt. Auch hier Entwarnung bei der Temperatur. Der Takt liegt hier im Schnitt bei 1333 MHz, beispielsweise wenn man so COD Warzone zockt. Würde ich mir das Notebook holen? In Anbetracht der Hardware und dem sehr guten Screen, also der ist wirklich geil von der Farbqualität und der Farbtreue, muss ich ganz klar sagen, ja. Wünschenswert wäre noch ein weiterer USB-Typ A-Port gewesen und etwas höhere Standfüße, damit eben mehr Luft zum Notebook gelangen kann, plus eine etwas bessere Webcam. Das sind Kleinigkeiten, die wiederum keinerlei K.O.-Kriterium sind für das Gesamte des AOROS 15. Das Notebook ist inklusive aller Informationen, die du brauchst, in der Beschreibung verlinkt. Gönn dir das Teil, wenn du eh gerade auf der Suche bist nach einem Gaming-Notebook. Danke fürs Zuschauen, bis neulich und ganz genau. Ciao. Gönn dir das Teil, wenn du eh gerade auf der Suche bist.